Hokus pokus, Krötenei, weiße Wolke, rasch herbei, zieh herauf und reiße auf. Ligula, Lagoli, nimm den Lauf. Ich bin ein ganz normaler Regenhexen, es kann doch nicht so schwer sein. Sie haben dich schon wieder nicht auf den Blocksberg eingeladen. Du mit deinen 127 Jahren bist einfach noch zu jung. 127 Jahre, zwei Monate und 22 Tage. Und wenn ich heimlich hinfliege? Und bevor es hell wird, bin ich längst wieder zu Hause. Ein Kinderbuchklassiker, der Generationen verzaubert hat, kommt nun endlich auf die große Leinwand. Caroline Herford ist die kleine Hexe. Nicht schlecht für den Anfang. Demnächst im Kino.